Herr Hilgen, das Rathaus steht den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich jeden Tag offen zur Verfügung. Was ist das Besondere am Tag der offenen Tür am 13. Juni? Nun, wir wollen zeigen, wie breit die Palette der Dienstleistungen ist, die wir jeden Tag, 360 Tage im Jahr, für die Kasslerinnen und Kassler bereitstellen. Ob das die Hoheitsverwaltung ist, ob das die Dienstleistungsverwaltung ist, ob das unsere technischen Ämter sind und in einer solchen Dichte kann man, wenn man ins Rathaus kommt, natürlich das, was die Menschen, die Mitarbeiter hier für die Bürgerinnen und Bürger tun, nicht sehen und das wollen wir einmal an einem Tag in ein paar Jahren wiederholt darlegen. Es gibt insgesamt mehr als 130 Veranstaltungen, die die städtischen Ämter und auch die Partner wie die KVG oder die städtischen Werke bereitgestellt haben für die Besucher. Gibt es was, auf das Sie sich besonders freuen? Ich bin mal gespannt, wie die Kassler den Einbürgerungstest bestehen. Wir legen den Bogen den Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen, vor und dann bin ich mal gespannt, wie viele Fragen beantwortet werden können und wie viele nicht. Das ist ein besonderes Interesse. Ich gucke dann mal um 17 Uhr, wie die Trefferquote ist. Ja, ich hoffe, dass Sie keine Pässe einsammeln müssen. Es wird am Tag der Offenen Tür auch spezielle Angebote für Kinder geben und ein ganz spezielles Projekt, was aus dem Stadtjubiläum herausgeboren wurde im Jahr 2013. Da haben sich die Kinder der Fasanenhofschule einen sicheren Schulweg gewünscht. Was hat es damit am Tag der Offenen Tür im Rathaus jetzt auf sich? Wir haben ja versprochen, dass wir eines dieser Projekte umsetzen und dieser sichere Schulweg am Fasanenhof ist jetzt das Projekt und wir zeigen beim Tag der Offenen Tür, wie die unterschiedlichen Ämter zusammenarbeiten, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Da müssen ja viele Hände Hand in Hand zusammenarbeiten. Sind Sie auch ein bisschen stolz auf Ihre Verwaltung? Die Kasseler Verwaltung, ich war ja auch schon in ein paar anderen, ist wirklich eine richtig gute. Wir haben engagierte, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und denen macht es Spaß, auch mal zu zeigen, was sie für die Kasseler Bürgerinnen und Bürger tun und wo die Steuermittel, von denen wir ja leben, wofür sie ausgegeben werden. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns am 13. Juni um 11 Uhr zur Eröffnung auf der Rathaustreppe. Ich freue mich drauf.